Musik Ja hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Neo The World Ends With You Dann wollen wir mal weitermachen Ähm, Moment Der müsste hier irgendwo sein, ne? Ja, hier Dann nehmen wir erstmal den Jaaa Huh, these punks is done for Macho Ah Yes, got it! Nice one, Ren, dude! Take a right! Bombs Exquisite timing! Booyaka! Ha-ta! Keep it going! Nah! Ah Ah You're done for It's not over yet So far, so good Yeah, let's take a some Let's keep your eyes on me Arrgh Light it up Leave it to me, yo! We're on a roll! Go for it! Nah Here 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 It's over Okay Okay Ja, in Kinkum was der Top Steam You're done, fool! Did I do that? Here 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 How's that? Let's keep it going Kaboom Was? So schnell? Ah, ich habe mich die ganze Zeit gewundert, aber ja klar natürlich, okay. Na gut. Nehme ich. Ähm. Ich gucke nur eben, ob wir hier noch was haben. Das hier, ne? Könnten wir reinmachen. Okay. Ansonsten. Haben wir bei L1 noch was? Äh, obwohl der Astronaut, ne? Ja, ich nehm erstmal den Astronauten rein. Ihr wisst warum. Wenn wir eh grad trainieren und, ne? Eben ist es ja auch nicht aufgefallen, dass Nagi nicht angegriffen hat. Dann können wir auch erstmal das leveln. Ne, dann haben wir den wenigstens auf Sternchen. Holen wir ihn nie wieder raus, okay? So good. Let's keep it going! It's over! Light it up! Just follow my lead! I'll do what I can. Let's go! Okay. Let's keep it up! Perfecto! Boom! He's away! You're done for! Leave it to me, yo! Nice! Ja. Ach Gott, nehm ich's nochmal mit? Boom! I... Bring it! Ich warte noch. Bis die anderen aufgeladen sind. sehr schön hier wenn er schon dabei sind der nächste dann gucken wir doch mal haben wir hier noch was also wenn wir jetzt gerade nur die vierecke angezeigt oder okay die werden zumindest oben angezeigt ist nichts dabei was neu ist oder sieht nicht so aus dann gehen wir mal auf stärke doch der ist neu wieso ich habe ich den grad nicht gesehen oder warte mal warte ich gehe mal so runter ich suche den gerade noch mal ach das war der hier ne okay nevermind ich habe nichts gesagt dann noch mal hoch können wir nämlich den stärksten reinnehmen und ist der pinguin okay ja gut den fand ich auch ganz toll dann nehmen wir ihn mal mit rein wie gesagt es richtig nice habe ich nichts dagegen okay dann nicht Ja? Copy that! Let's end this! Kaboom! Take a rock! It's over! It's over! Freeze! Wallace! Follow me, yo! Bons away! Kaboom! It's another one! Bites the dust! Okay! Not done! Alright! Could've been worse! Oh yeah! Ready! Galaxy Brain! Activate! Okay! Let us tread carefully! Oh yeah! Here! 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 How's that? Let's keep it going! Okay! Yeah! Ready! Yeah! Freeze! Yes! Got it! Nice one Rin, dude! Get up! Light it up! Light it up! Yeah, was langsam! Your score! Flawless! Whoa, whoa, whoa! Huuuuh! Bombs away! Kaboom! Huuuuh! Light it! Huuuuh! Bombs away! Dann mach ich lieber, ähm... Die Beine zusammen! Ja! Ja! Let's keep it up! Ja! Ja! Besser! Na, ich bin froh, wenn der dann auch ein anderes hat wieder. Einen anderen Pins. Das sollte ja nicht ganz so lange dauern wie beim Astronauten. Nö! Nö! Obwohl, wenn die beide gleichzeitig fertig werden würden, dann wär das auch gut. Ist doch bestimmt der AR! Ja! Let's keep it up! Sucker! Come on! Quit it! Huuuuh! Huuuuh! Huuuh! Huuuh! Der ist da doch noch, ne? Huuuh! 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 Sucker! Ich hab den doch gesehen! Huuuh! 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 So far, so good. Krasse das, ne? Wenn ich als Spieler etwas sehe, was die Spielfigur nicht sieht. Huuuh! Das ist so nervig. Weil ich dann schon den Gegner sehen kann, aber nicht anvisieren kann, weil, ähm... Ja. Ne? Huuuh! 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 Au! Huuuh! Ouh! Es wird etwas Haales. Huuuh! 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 Ah, ja! Huuuh! Huuuh! Na komm! Ne werden wir damit! Huuuh! Huuuh! Na komm. Ja. Super. Naja, geht. Ja, das sieht doch schon besser aus. Nein! Nein! Geht doch. Ich bin manchmal etwas zu ungeduldig. Nee. War mir da die Probe von Mimim? Ja, der ist vielleicht wieder weg, ne? Komm, auch die Frösche nehmen. Okay. 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 Nochmal, ja. Nochmal, ja. Okay. Das ging ja, ne? War vollkommen in Ahnung. Ja. So, hier war noch einer? Oder zwei? Na komm her. Okay. Ja. Komm, ich wollte ihn zuerst haben. Das ist manchmal echt nervig, dass er dann schon anders visiert, ne? Obwohl der Gegner, den ich anvisiert habe, noch gar nicht weg ist. Es fühlt sich dann immer schon an, aber dass der Gegner down ist. Und wenn ich ihn dann doch nochmal sehe, dann bin ich immer etwas genervt. Ne. Komm. Ja. Na komm mal her. Sehr schön. Ah, okay. Ja. Ja, der scheint ja auch gleich weg zu sein, also bald weg zu sein, der Pin. Aufgelevelt, meine ich. Und dann, ähm, können wir was Schöneres für Beat reinholen, ne? Ja. Ah, schon wieder mit Chameleon. Ja. Oh, okay. Let's keep it going. Ah, bring it. Just follow my knee. I'll do what I can. Stop that. Ähm, oh. Okay. Was für ein Arschloch. Alter! Was für Fähigkeiten hat dieses blöde Misty? Ich glaube, das ist weg. Ich hoffe es einfach mal, dass wir nicht einfach nur, äh, wieder backvisiert haben. Na, ich glaube, es ist weg. Ich glaube, das war das erste Mal, dass der Schutzschirm nicht weg war, ne? Weil sonst das Chameleon, äh, uns getroffen hätte. Ich glaube tatsächlich, äh, das war das erste Mal, dass ich den Schutzschirm nicht eingesetzt habe. Ich glaube nicht, dass das häufiger vorkommt, dass wir den Schutzschild, äh, effektiv einsetzen werden. Ne. Aber, hey, einmal ist ja zumindest schon mal etwas. Na komm, gib mal her. Gib mal her, hier. Ja, ja. Aber, wie gesagt, wir nehmen ja dann auch die höhere Stufe mit und alles. Ne. Alle debattern. Hau achten. Ohhhh. All together now. Aw. Simon! Ah, okay. Na, gibt's was? Joa, immerhin. Ah, was soll ich so machen? Na, komm mal her. Dankeschön. Ah, okay. Äh, verdammt. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Nein, bleib weg da! Es ist wirklich exquisite timing. We got this, yo. Lighten, just turn up the volume, yo. Great job. Lighten it up. Follow me, yo. Indeed. Hang in there. Okay, watch out. Okay. Nurm. Ah, ja, wenigstens etwas. Wenigstens etwas. Jojo. Okay. Zeig mal ja. No, you all right? Keep it up, Brett. Will do. Beat buddy. So far, so good. Now, keep it going. Going up. Let me go. Huh? Yeah. Freeze. Nothing. Bye. Say good night. Brett, leave it to me, yo. We're on a roll. Cyan. Ah, okay. Na dann. Ja. Auch wenn es ein paar mehr EP, äh, aufgesendet wären. You got a lot of Nerf taking me on, yo. Man kann ja nicht alles haben, ne? Oh, sweat for Brett. Nice. Right. It's over. It's over. It's over. Got it. Nice one, we're in, dude. Okay. Okay. Nee, nee. Bleib mir bloß. Komm, lad. Nice one, Ren, dude. Ja. Ja. Na dann. Und hier sieht's aus. Gut. Ich nehm die anderen auch nochmal mit. Oder? Warte mal. Ja, ist nicht viel. Schade. Stimmt, das hab ich ja auch noch. Mann, ich vergesse das immer, ne? Weil ich mich schnell voran bewegen will. Ah, ne ey. Ich bin ewig langsam, obwohl ich ja... ne? Ein bisschen Speed geben kann. Ein bisschen Kette geben kann. Ah, komm. Lass Fred in Ruhe. Ah, okay. Ah, okay. Gleich auf zum nächsten. Damit wir nicht so viel vom Buch verlieren. Ah, die Bühne sind voll süß. Ich kann die einfach nicht ernst nehmen. Es tut mir so leid. Ah, okay. Nein. Ja. Definitiv. Sehr awesome. Ja. Sehr schön. Ja. Na dann. Okay. Bire mal. Tja. Ich bin er in. Ja. Ja. Jetzt sind wir jetzt wenn es die losgeht. Okay! Wir sind jetzt die los. Naja, das ist alles! Okay, dann kommt er. Ja, da kommt er. Alles gut. Hier, nimm mit. Na dann, wenn das so ist. Let's go! Da! 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 Eine Krim, okay? Ach, Quam. Last, Fred, in Ruhe. Na dann. Na dann. Was das cool oder was? Not bad, I'd say. Okay. Ja. Definitiv. Na komm. Ja ja, aber so langsam wird's. So langsam wird's doch. Auch mit dem Astronauten, ne? Ja. Victory is all but assured. Ja. Let's keep it up. Perfecto. Nailed it. Let's keep it going. I bring it. Guck mal, wie die laufen. Awww. Hey, du sollst mich schleiden. Just do it, we're just. You're a fool. Sucker. Alright, bring it! Wallis! Nailed it! Let's keep it going! Yes, got it! Let's end it, Rin, dude! Bombs away! Now I'm so speed. Light it up! Kaboom! Sucker! Freeze! You're on a roll! Going up! Tja! Here! 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 Take a ride! Bombs away! Another one who fights the deck! Na dann! Let us take this shortcoming in stride! Noooo! Ich wär doch irgendwo noch... Da! Bein da dran vorbeigeprescht, Dave! Na gut, wir sind dran vorbeigeprescht! Nee! Okay! Da pain, yo! I gotta go! Go! It's over! It's over! Hey! Sucker! Let me go! Okay. Ants up? I've returned the prize! I've returned the prize! That's better! Na come here! Na komm! Ah da, wo das du gerade zwei Minuten in der Falle gesteckt hast, ne? Na? Not too shabby! Let's have a look! Let's move! Na dann! Let's go! Let's go! Ja! Alles gut! Okay! We got this! Tringen wir hin! So, einmal hier, äh... We got this! Alright, yeah! Oh! Oh! Oh, Gottchen! Oh, wie süß! Richtig knuffig! Okay. Okay. so far so gut na dann sag ich mal ja ja dann nehmen wir den gleich mit ja ja alles gut ich glaube ich glaube ich Ah, bleib los weg von mir Las Rundau los Okay Ja, komm Das hätten wir Ja So, hier könnten wir auch nochmal kurz Also das Geld haben wir definitiv Ich mach das jetzt, äh Ja, einerseits wegen der Eppie Und, äh, man kann ja nie genug haben, ne? Wenn wir ein bisschen was überhaben, dann Ist das ja auch von Vorteil Wahrscheinlich müssen sie gleich EGW essen Wahrscheinlich schon die ganze Zeit Und ich hab's einfach nur mal wieder irgendwie jetzt Such mal wieder ein Restaurant raus, ähm Ne, boba, was von haben Ja, ja I know Okay, der ist der einzige, der übrig bleibt Okay Ach komm Geht doch Dankeschön Komm Geht down Tu mir der gefallen Ach komm So down So down Auch wieder nicht Ach Sehr schön Na Zeig mal her Okay Ja, den können wir auch noch mitnehmen Wenn wir schon mal dabei sind Nee Why not Guck mal, ich kenn das auch Oder Okay Ja Ja Ja, ja. Okay. Ne, ich schiefe, okay. Interessant. Wow, we really killed it out there. Es geht voll schnell auf einmal. Äh, hier. Dann komm mal mit. Ja. Ach komm, nein, weg da, weg da. Okay, warte. Okay. Das sieht doch besser aus. Na komm. Endlich. Wurde aber auch Zeit. So. Okay, was kriege ich für dich? Ähm. Ach, ich bin noch stärker, ne? Ähm. Warte mal. Nee, es war Eingabe, ne? Nicht Affinität, ne? Okay, warte. Wieder dran vorbei. Äh, ich wollte erst mal gucken. Aha, das war das mit dem Unterschied. Was wir noch haben zum Leveln. Das war dieses, was wir schon hatten, ne? Mit dem Dana dann, ne? Okay. Ach, das ist schon wieder... Sorry. Ich muss das mal so machen, weil sonst... Habe ich das Gefühl, mir wird nicht alles angezeigt. Äh. Ja, das war der. Okay. Okay. Okay, wir können definitiv nach links gehen. Nach, äh, Stärke. Wieder. Äh. Dann würde ich mal sagen... Okay, der ist doch... Wieso habe ich den eben gerade nicht gesehen? Okay. Den habe ich übersehen. Aber der wäre eh von der Stärke her derjenige, den ich nehmen würde. Komisch. Ich habe den echt gerade nicht gesehen. Moment. Ich gehe nochmal auf Eingabe. Wo war denn der? Achso, ja, okay, gut. Ja, dann. Einfach übersehen. Mit den Augen wahrscheinlich schon weiter gewandert als... Äh, ja. Okay, gut. Ne, ist in Ordnung. Dann nehmen wir den hier. Der ist erstens von der Stärke her, ne? Weil ich ja noch zwei... Weil ich ja nur zwei Superplan-Pin-Plätze habe, ähm, ne? Ist der sowieso, äh... Die beste Wahl. Zusätzlich halt zudem... Dass halt... Dass ich den halt aufleveln kann. Und das dann passt, ne? Gerade. Na gut. Ja. Ja, das ist doch... Das ist ja... Das ist ja sehr gut. Okay... Äh, ich weiß ja nicht. Okay, warte. Nein, hier! Ja. Das ist doch... Ja. Ich weiß ja nicht, ob das Meins ist. Der jetzige von, ähm, von Beat. Okay, der ist sowas von gar nicht meins. Ich könnte auch gar nichts bei, äh, Dings drin haben und würde nicht auffallen. Ah, okay. Was soll denn das eigentlich für ein Pin sein? Moment. Und was mit Kinetik, ne? Also mit Schwerkraft, okay. Ach so, okay. Ja gut, das erklärt einiges. Ja, naja. Naja, dann leveln wir den mal und dann, ähm, kriegt er dann was anderes rein. Ich hab mir das irgendwie, ja. Warte, ich kaufe erstmal und dann können wir immer noch gegen die ganzen Links kämpfen. Ich hab mir das irgendwie schöner vorgestellt. Ne. Irgendwie ja. Naja. Schön. Das war's, ne? Äh, dann können wir gleich nochmal hier gucken. Ne. Genau, das war das. Naja, okay. Ah, da war ja auch noch was, ne? Oder? Oh, nicht schon wieder. Oh, warte mal. Ah, das ist Explosion, okay. Ah, dann... Ja, dann ist das der nächste, den wir mit Dings aufleveln. Ich hatte, ich hätte keinen mehr, aber... Dann hab ich auch den übersehen. Okay. Machen wir, machen wir. Ne? Ist nicht, dass er... Ist nicht... Ja, hätte ich mir da auch denken können. Okay, gut. Egal. Egal. Aber das, ne? Gut. Ah, die wollte ich auch noch machen, ne? Dass ich die alle übersehe. Glaub ich. Ja, ne? Muss ja. Und hier sehe ich sie dann wieder. Wie... Weird. Ja, das ist der. Okay. Das ist der Astronaut, das weiß ich. Hier sehe ich im Verkaufsmenü sehe ich so viele, die ich dann... Wo ich dann sage, ja, das können wir machen. Und wenn ich dann ins Dingsmenü gehe, dann sehe ich die nicht mehr. Ah, ärgerlich. Denkt dann, oh ja, alle hochgelevelt. Wenn ich dann, äh, ins Dingsmenü gehe, dann... Ja. Oh ja, den wolltest du ja noch machen, den wolltest du ja noch machen. Ja, jetzt sehe ich ihn. Jetzt sehe ich ihn hier hinten. Da. Na komm. Mal ganz langsam durchgehen. Ich meine, die meisten... Ja, ja, hier ist er. Waren eh für, für, für Dings, ne? Ich gucke einfach nur nochmal durch. Aber ich meine, das meiste war eh für, ähm... Wieso habe ich den nicht verkauft? Okay. Ja, außer der hier jetzt. Aber den wollte ich ja erst machen, ähm... Ich sag schon, wenn ich, äh, ne? Mit dem Astronauten fertig bin. Sorry, aber du bist kein Match für mich. Ja. Dann gehen wir nach dem Kampf gleich nochmal rein. Ne? Ja. Naja. Naja. Ja. Auch das endet irgendwann. Ne. Ne, oder? Tja. Den Rest patients temen! Ich hab doch mehrere Bomber das jetzt... Hm. Okay. Okay. Naja, wie gesagt, ich bin froh, wenn der, äh, hochgelevelt ist. Wenn alle hochgelevelt sind, dass ich dann wieder, äh, die Beste voraussuchen kann. Ne? Naja, wirklich. Das war klar. Drehung. Naja. Ist jetzt nicht so meins. Um ehrlich zu sein. Aber es gibt halt auch Pins, die sind halt einfach, äh, ja, die sind einfach, ne? Ah, okay. Ah, ich glaub der Part ist sowieso, äh, erstmal Geschichte. Wir sehen uns dann auf dem Video auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye! Drehung. 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 Vielen Dank.